Und jetzt noch ein kleiner Tipp für die WM. Ich meine, Italien ist nicht dabei. Haben wir es eigentlich schon im Sack, oder? Ja, die haben uns ja, ich kann mich noch in 2006, wir haben heute Luca Toni getroffen, da haben sie uns ja geärgert im Halbfinale. Ja, eigentlich ja, aber ich glaube, die Brasilianer haben nochmal vielleicht eine Chance verdient, gegen uns im Finale zu spielen, aber trotzdem werden wir dann 2-1 gewinnen. Kann ich mitleben. Scar- taxi 5 7 8 9 11 10 14